Du bist hier! Wieso hast du uns beide verlassen? Das weißt du genau. Orientierungslosigkeit. Gedächtnisverlust. Optische Halluzination. Sie haben dieselbe Mutation wie ihr Vater. Du verlierst den Verstand. Es tut mir leid, Mike. Ich dachte gerade, dass du mal eine tolle Mutter werden wirst. Da ist ein Club im Downtown Los Angeles. Ich denke, ich kann dir helfen. So funktioniert The Chain. Jeder stirbt nach seinen eigenen Bedingungen. Fragst du mich, ob ich dich töten will? Ich wollte das doch nie wieder tun, Mike. Das war deine Idee! Das wolltest du doch! Detective Darcy vom LAPD. Das war Mord. Evid, lass mich! Ich bin nicht wie du! Oh. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt, mein Sohn. Ich möchte, dass Sie's stoppen. Warten Sie... Und auch, dass er mich töten will. Was soll der Scheiß? Dein Leben, deine Regeln. Der. 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 Dänz hat ihn mit.